Wo ist das Auto? Wo ist das Auto hin? Warte, Moment, wer ist das? Ist das Mike? Mike und Avo, Alter, was ist los mit euch? Er hat ihn befreit, echt? Bonny auch noch, ihr Verräterschweine! Schön, alle neuen Vorräte mitgenommen, na, lass uns doch darüber reden. Das ist alles, was wir haben. Was machen wir jetzt? Schieße, schießen wir auf die? Was machen wir? Chat, könnt ihr jetzt schon mal reinschreiben bitte? Sollen wir auf die schießen? Dann müssen wir jetzt nicht alleine entscheiden. Los Chat, reinschreiben. Nein, 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 nein. Penny! Jane! Hilfe! Sie schrauben uns! Oh! Nein! Avo, du kleiner Penner, ey! Lass sie einfach! Oh mein Gott! Clem! What the fuck did you do?! Clem! What did you do?! Clem! What did you do?! Clem! 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 Clementine! Ach krass, ein Flashback. Das ist Lee aus der ersten Staffel. Der uns begleitet hat. Und unsere Bezugsperson war. Oh! Duck? Das ganze Spiel war nur ein Traum, genau. Schönen Wert zu mir jetzt den Zeitpunkt. Das ist Dirk und Katja. Das ist übrigens der Sohn und die Frau von Kenny gewesen. Der Mann hat einen Doktor. Vielleicht kann sie ihm helfen. Ich war ein Kind, aber ich habe nie krank. Aber mein Bruder hatte immer etwas. Es ist nicht wie kalt. Nein, es ist wahrscheinlich nicht. Ich fühle mich schlecht. Warum? Oh Mann! Ich habe ihn ein Schrei-Baby. Als ich den Bogen in seinem Pillow sahte. Oh, das ist okay, Lieber. Du brauchst es nicht. Das ist einfach der Gemeinde mit dieser Musik. Irgendwie. Der gibt ja noch so den letzten Tritt. Irgendwie. Warum hat Lilly das gemacht für Carly? Was ihr Woodsein? Ich weiß nicht. Sie war schuldig, Clem. Das kann manchmal machen die Leute schuldig. Das ist eine dumme Grund. Sie sind richtig. Das ist. Ich weiß nicht. Clem. Die Leute nicht immer so gut machen. Warum? Das ist schlecht. Das passiert für alle. Und es ist schwer, sich selbst zu sein, nachdem sie tun. Du denkst, wir sollten die Lilly bleiben lassen? Vielleicht. Es war eine schwierige Sache, zu tun. Aber warum hat sie das gemacht, woraufhin die Gruppe sie verstoßen hat? Wenn ihr das nochmal sehen wollt. Plopp. Wie kannst du sagen? Es ist nicht wie die Mathe, Clem. Manchmal ist es einfach nicht die richtige Antwort. Ich liebe Mathe. Ich auch, mein Lieber. Das ist nicht so gut. Aber eine Sache ist, dass du das besser ist für die Leute, die du interessierst. Auch wenn manchmal, das bedeutet, jemanden zu schuldigen. Ich will nicht jemanden zu schuldigen. Es ist nicht so einfach. Ich bin Angst, Lee. Was kann ich sagen? um es besser zu machen? Ich glaube, es wird gut sein. Es wird gut sein. Es wird besser werden, Clem. Du wirst es besser machen. Alles wird gut sein. Ich bin durch. Ja. Emotionally damaged. Vor allem. Ich bin durch. Ich bin durch. Okay, wir haben die Karre. Wir haben die Karre. Okay, Jane, Kenny und wir mit dem Baby sind anscheinend drin. Oh, Schulterschuss. Haben wir einen Durchschuss, oder? Was ist jetzt die Kugel noch? Hey, du. Clem! Oh, danke Gott! Du hast aus dem Schock getrunken. Was ist passiert? Das Schuss, der Russkirche hat dich gefangen. Wir mussten den Schock, um dich warm zu halten. Wie fühlst du dich? Es tut mir leid. Wir haben keine Kugel. Wir müssen durchschauen. Wir müssen uns durchschauen. Wir müssen durchschauen. Es wird beheben, aber wir werden dir gut. Das Schatz der Bögel. Ich habe die Russische erwartet, aber Mike? Ich kann mich wissen, dass sie so arbeiten sind. Ich glaube, dass sie sich hier zu gehen. Ich glaube, dass sie das so weit weg sind. Ja, wer würde sie holen und schnacken einen Kind? Wir sollten sie nicht in den Schocken entgegen. Wir sollen nicht in den Schocken ein bisschen wie das zu tun. Ich glaube, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, dass sie das gemacht haben. Ich glaube, dass sie das gemacht haben. Sondern wir versuchen sie zu entfernen. Ja, sie sind jetzt weg. Hört bitte auf der Streikung. Ich lebe mich auf den Sack jetzt hier. Kann man irgendjemand in meine Wunde verbinden? Blut dich so lustig von mich hin. Du bist so lustig? Jackass. Oh, ich kann dich noch nicht hören. Ja, selbst wenn es irgendwo ist, könnte es uns Wochenende finden. Wir können zurück nach Haus in einem Tag zurück. Ich sage dir was. Wir können nur so schnell, als du diese Runde aus einem kaltes Fingern schraubst. Wie ist das? Alles klar, ich verabschiede. Geh deine Füße aus dem Dach. Lass uns ein Spiel spielen, Clem. Ich spiele mit meinem kleinen Augen. Ein Asshole. Das Kind. Du bist so lustig von dir. Du bist so lustig von dir. Ich bin so lustig von dir. Ich bin so lustig von dir. Geh dir. Du willst hier rauskommen? Du bist beide Kinder. Ich? Ich konnte nicht die ganze Straße sehen. Ich konnte nicht die ganze Straße sehen. Du schaust deine Füße. Ich bin fertig mit dem Planeten. Oh Gott. Du wirst mich nicht wissen. Du wirst mich nicht wissen. Oh, ich weiß genau was du bist. Nichts. Niemand ist dich an dich. Und du wirst dich nicht an niemanden, sondern dir selbst. Das macht dich nicht. Du wirst dich also anschauen. Du wirst dich nicht hilfalt. Du wirst dich nicht wohl. Du wirst dich nicht sagen. Du wirst dich nicht wahr, oder? Du wirst dich nicht wahr? Du wirst dich nicht wahr? Du wirst dich nicht mehr so lustig von dir déjà Was? Running away again? What a fucking shocker. In the end, still only care about yourself, right? And where were you when Sarita died, Kenny? Huh? Where were you? I was there. I couldn't... Goddamn you, I love that woman! Nobody who died is anyone's fault. We all wanted to be together and it just went bad. But we owe it to them to try to make the best of this. I'm sorry, Clem, but I can't put up with this bullshit anymore. Oh, the feeling's mutual. You know the thing about people like you, Kenny? You're just a bomb waiting to go off. Everyone talks about you behind your back because they were afraid of you. That ain't true. Mike? Bonnie? Sarita? Fucking liar, that ain't true! Everyone around you knows that sooner or later, they're gonna end up dead. Sarita knew it, I know it, and so does Clementine. I told you not to talk about my family. Fuck you! You fucking piece of shit! What a hell, you son of a bitch! My Lord Jesus! Oh, schöner 73 Grad-Tone. I'm fine. How's AJ? He's fine. Sure, yeah. Clem, are you alright? Yeah. Kenny, I'm... Wait, hold on. Go around. One of them might have diesel. We shouldn't stop here. We're running on fumes. Got no choice. When I holler, it's okay. Drive up closer. If anything happens, I'll try to meet you there. Okay? If you're going, go now. Kenny... Okay, nah... ...gab's gehen mitrehen. That fucking asshole. God! I can't do this anymore. I'm serious, Clem. I tried, but I just can't... Stop making him mad. Everything makes him mad. How are you not seeing that? Well, all you're doing is just making it work. Yeah, I can't do this anymore. You're just like him. What? Wieso? Why? Clem. Are you serious? Are you serious? What about AJ? Look, I know you're close to him, but Kenny would never let him go. This is our chance, Clem. Don't you ever know what it's like to live your own life? Okay. KONTAKT! 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 Streuner und... Ich sehe keinen Kenny. Why are they moving? They must not be cold enough yet. Fuck! Get us out of here! I don't know how to drive! See that pedal on the floor? Step on it! Don't just sit there! Boom! GTA Motherfuckers! Jesus! ... Natürlich klemmt die Tür. Christ! Christ! There are more of them! Move! Clem! Clem, hurry! Clem, hurry! Get out! Hurry! Jane? Jane! Jane, warte mal! War das ein Baum, oder war das ein Kirchturm? Oh, schnell! Jane! Wo zum Lappen steckt Kenny? Hoffentlich war das nicht Kenny! Ich denke mal, das Vorbeilaufen jetzt keine Alternative sein wird. Oh, es lichtet sich! Schön! Nicht! Ach Gott, ey, Mann! So, was ist das hier? Ist das ein Walker? Ja, das ist ein Walker. Muss ich den jetzt aber töten? Eigentlich nicht, oder? Ey, bloß einfach dann vorbei. Warte mal! Und ich saß immer wieder elf Jahre angeschossen. Wie krass ist die Kleine? Wie krass ist die Kleine? Okay, das ist ein Walker. Soll ich die jetzt einfach nur ausschalten, oder was? W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Okay. Auch ein Spielplatz. Schön. Rutschen wir doch mal ne Runde. Warte mal. Eintreten, was? Platz. Oh Gott. Und wir sind wieder allein. Allein, allein. Allein, allein. Von der ursprünglichen Gruppe, die uns aufgenommen hat, sind jetzt wirklich alle tot. Alle. Oh, Kenny. Hm, schreie jetzt nicht noch. Was war das? Was ist das Sound? Oh, danke Christ. Jane, bist du okay? Wo ist das Kind? Jane, wo ist er? Wo ist das Kind? Wo ist das Kind? Er ist... Was? 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 Ist doch nicht dein Ernst, oder was? Ist doch nicht dein Ernst! Was? 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 Will sie machen? Oh nein. Oh nein, jetzt... Okay, okay... Oh nein. Ich will nicht zurück von dir, Kenny. Shut up! Kenny, lass sie sprechen. Ich bin fertig, Clem. Clem, bleib dich zurück. Du kommst nicht nach mir, du sonnige Bitch. Kenny! Get the fuck up! Fuck you! What? Wie? What? What? Och du Scheiße, okay. Für wen sollen wir uns entscheiden? Scheiße! Also, eigentlich bin ich für... Geh dazwischen. Schluss jetzt. Öh, hör auf. Alter! Stopp! I'm over! Listen to me! Get her off! No! You fucking baby killer! God damn it! Oh nein, Leute. Ich glaube, wir müssen uns entscheiden. I fucking kill you! Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Kann ich unter Jane, kann ich unter Jane, kann ich unter Jane? See? 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 Yeah, ich glaube so. Clann! Du hast die richtige Wahl gemacht. Ich lasse dich ab. Ich lasse alle ab. Nur, nur noch mal, Kenny. Bitte. Nein, nein. Du bist besser ohne mich. Wir haben fast es geschafft. Wir waren nahe, nicht wahr? Sie haben Kenny getätet! Schon ein bisschen witzig, aber... Oh, man! Oh, Kenny! Du musst Katja und Takt wiedersehen. Du wirst sie wieder sehen. Oh, du bist immer gut für ein Schmerz. Es bricht mir nicht Herz, Mann. Es bricht mir nicht Herz. AJ! Sie hat die nur versteckt. Oh mein Gott, AJ! Oh mein Gott, are you okay? He's alive. I understand if you're upset, AJ was never in any danger. I was just going to try to talk you into coming with me. I just thought if you saw Kenny like that, you'd know we'd have to leave him. Look Clem, I'm sorry. I didn't think Kenny would go that far. But it's over now. We're all safe. We're going to be okay. You're fucking crazy. How could you do this? I had to do it Clem. You saw how he reacted. I had to show you what he was capable of. So you put AJ in danger. And got my friend killed. Just to prove a point? It was a stupid plan. I should never have lied to you. But I thought it was the only way you'd see me. Oh my God. Kenny, you have to go back to me. Please. We can just leave all this behind us. It's fucking emotional. Wirklich, Martin. Es is übel. I did it for you Clem. For us. I'm not going anywhere with you. Clem. Clem. Please. I did this for you. You. I can't say anything. Okay? Is that what you want to hear? Clem? 9 days later. Hey, Frau Riona, grüß dich, schön, dass du da bist. Martin, hier, hier, krebel Herz. Wir sind jetzt alleine mit nem Kind, Alter, ein Kind mit nem Kind, das ist, das kann doch nicht gut gehen. Liss sagt Danke, ja wer, Liss sagt Danke, warum sagt Liss Danke, für was? Ja, genau, Frau Riona, geht mir nie anders, uns allen hier, wir haben ja alle schon da hinten. Das ist ne andere Geschichte, komm, Liss, die Allergie, ich höre das Herz, achso, das ist der Sohn nannte Liss Herz, hat Liss auch unten, Liss von Couch Commander, ist der AJ auch ein bisschen eingeschmiert, ich hab gerade nicht drauf, ich hab alles nur durch den Schleier bei der Tränen gesehen. Ist der Kleine auch beschmiert? Wattet, watt? Das war's? Watt zum, watt? Das war's? Untertitelung des ZDF, 2020